Uns fehlen noch zwei kurze Missionen, ja, und dann haben wir noch vier große Missionen. Also, mir nicht, aber... Ja, das war schon klar, dass es dir nicht fehlt. Flex, 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 flex. Ey, ich hab dazu jetzt mal nicht... Ich dachte, es sind auch noch die beiden Missionen von der Orphanage, also die rushen wir jetzt einfach hart durch, würde ich sagen, oder? Äh, tatsächlich, Gates Open war schwierig. Tatsächlich. Ja, das eine war doch... Das ein, das äh, Foster the Orphans, das... Ey, Open the Gate. Was für angesteuerte Kontrolltore? Was war das? Äh, Foster the... Äh, ich meinst jetzt Foster the Orphans, ne? Foster the Orphans war die zweite Mission von dem Orphanage? Genau, das war das, wo du diese komischen Radioboxen auf der Map verteilt finden musstest, damit sich ein Gate öffnet, wo du die dann durchschiebst und das warst. Ja, aber das war ja voll in Ordnung. Das Open the Gate, das war Fun Park, die zweite Mission. Oh nein, nicht und wieder. Ei, 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 ei. Und da, und da, 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 da müsst ihr halt dran denken, dass Mother Gooseberry one hittet und instant moriert und dass, ähm, ihr keine Batterien und so ein Shit findet. Aber, und, Mama, waren da Rigs erlaubt? Rigs waren erlaubt, aber, aber, äh, wenn du nicht die Fähigkeit hast, dass sich das komplett, ähm, also das musst du, du findest keine Recharger und du, wenn du halt nicht die Fähigkeit hast, dass du, äh, dass dein Rig deine Batterie wieder auflädt, dann bist du halt gefickt, weil du dann irgendwann halt keine Nachtsicht mehr hast. Aber war nicht irgendeine Prüfung ohne Rigg? Ja, aber nicht die. Das ist jetzt erstmal die Mission danach. Wir machen ja erstmal das Offenage. Was stimmt das mit den Tonen ein bisschen doof? Da sind die meisten Items nur in verschlossenen Containern zu finden. Das klingt auch viel leichter. Starten wir mal. Offenage, Mission 2. Easy. Easy sagt er. Dann schärfen wir alle. Wir müssen das Game jetzt zwar fast ohne Items machen, aber hey, wir machen das. Das ist ja egal. Wer braucht schon Items, ne? Also es gibt Items, aber die sind alle in verschlossenen Containern. Das ist der Modify. Also, du musst den Geheimraum finden für den Master Key. Doch gar kein Problem. Mach mal einfach alles auf. Wo ist das hier? Hier ist ein Gegengift. Alter, ein Item. Ist hier ein Gegner? Nee, noch nicht. Bestimmt gleich. Das ist das Schöne an der Orphanage-Mission. Du musst immer erst den ersten Hebel ziehen, bevor irgendwas passiert. Ja. Denkst du. Das weiß ich. Ich habe genug Orphanage-Missionen gespielt. Denkst du. Der hat so viele Spielstunden in Trials wie wir insgesamt. Der ist einfach der... Der ist ein Teil der Orphanage geworden. Das bin ich. Sein neues Zuhause. Ich glaube, ein Lockpick. Das ist schön. Ah, ne? Äh, ich glaube, ich werde krank. Das ist schlecht. Ich glaube, ein zweites Lockpick. Nice! Äh. Ah, ne? Mach mal. Wat nu? Pick the Lock und lock the pick. Ne, wir müssen theoretischen... Ach, den Hebel habt ihr schon gezogen. Ja, ja, macht der gerade. Ah. So, und, auf geht's! Äh... Will ich nicht mehr... Will ich alle sterben? Ja. Ist das nicht... Ich habe nicht drauf geachtet. Gibt es hier vorne am Start irgendwo eine Karte? Hm, ich glaube nicht, nein. Guck, ich gehe nochmal gucken. Ich bezweifle dieses. Ja, würde mich tatsächlich auch wohnen. Aber... Sag mal so, ich dachte... Aber das ist in der Hauptmission. Oh, da ist ein City. Ne, tatsächlich auch in den... In Frontpark neben Mission. Äh, da hast du gesehen. Das ist zu groß. Huch, wie hast du mich denn gesehen? Oh. Ah, da ist jemand im Schrank. Ich bin eventuell in der Bombe reingelaufen. War nicht so gut. Äh, Achtung, da... Äh, Marvin. Bei dir ist ein... Aua. Ich klone. Das ist dies, guck me. Dies, guck me. Was? Dies, guck me. Dies, guck me. Dies, guck ihn. Das ist einfach, guck me. Dies, guck ich bei mir. Dies, guck ich, Alter. Wo kommt denn der jetzt her? Oh, fuck, Leg. Ah, hier ist ein Poster. Ich sehe nicht. Du bist einfach in sein Gesicht reingeleckt. Schatz. Hier geht's nicht weiter. Okay, das heißt, der Part von damit ist dann. Ja, ich hab auch schon nen Hit abbekommen. Also läuft schon mal gut. Ah, Gott. Ey, hör doch mal auf jetzt. Ist doch gut. Geht der jetzt da wieder rein? Ach so, Big Boy, Big Boy. Oh, oh, oh. Das können eigentlich überall können die Dinger sein, oder? Ja, pretty much. Wie viel brauchen wir? Noch drei? Oh, Gott. Das ist ein. Kommst du aber nicht zurück mit dem, oder? Nee, nee. Ich hab eins. Als Information, hier bei den komischen Karussell-Dings auf dem Innenhof, da gibt's ja diesen einen Raum, wo du auf der einen Seite die Tür hast und dieses kleine Fenster, da wo ich grad drin bin, wo du nur von einer Seite eine Tür hast und auf der anderen Seite so ein kleines Loch, wo du durchschlüpfst. Die Tür ist verriegelt. Also gegen den Big Boy ist es ein gutes, aber gegen alle anderen nicht. Das ist schlecht. Oh, du. Hammer. Habt ihr nicht irgendwo eine Treppe? Oder hast du hier abgeschwört? Der hat mich... Oh, wo kommt die Muddy her plötzlich? Muddy. Oh, du, du, du. Ich verstehe irgendwie gar nichts von Justin. Manchmal. Was ist los hier? Ja, dann macht der eine Ohren auf. Okay, das ist asozial. Wir haben hier diese Gates, wo nur eine gewisse... Wo nur immer wieder ein paar Leute durch können, bis sie vollkommen zu sind. Die NPCs zählen da scheinbar auch. Könnten wir. Ach, nee, das sind die... Na dann. Das stimmt nicht. Oh, Gottes Willen. Äh, der... Oh, da kommt jemand. Äh. Du machst... Oh, nein! Danke. Oh. Das ist tatsächlich schlecht. Danke. Der ist schon fertig. Oh, ja. Können wir mal wieder hier rein. Hier ist schön. Wie du rennst. Äh. Swimming Pool bin ich dran. Ja, da wollte ich gerade hingehen, aber da waren gerade sehr viele Leute unterwegs. Äh, es ist beim... Äh, ich weiß nicht, ob das halt jetzt... Oh, weg. Oh, das ist gut. Wurde dann. Äh, Swimming Pool, Swimming Pool müsste dann sein. Oh, fuck. Schön. Da war... Da war mir ein bisschen zu viel los. Oh, fuck. Oh, je. Das sieht doch auch nicht gut aus, ne? Ähm, woher kam Mutti? Die hat auf einmal die Tür eingedreht und hat mich umgekauen. Aua. Nein, nein, tut's nicht Mutti. Hä? Uiuiui. Hat sie die hierher gelockt? Wie ist sie hierher gekommen? Der hat jetzt Margen verfolgt. Also, der hat uns gesehen von der Entfernung. Der hat dann Margen verfolgt. Ich hab nichts gemacht. Auf einmal dreht die die Tür auf und bringt mich um. Schade. War auch sehr schön. Also... Ähm. Sehr kino-reif. Das ist ein bisschen doof. Oh, nein. Achtung, hier ist auch noch etwas. Die Frage ist... Wir brauchen noch eine Frequenz. Ja, wart ihr beim Cloaker schon? Ja, also ich kann da noch nicht weiter. Aber ich ganz war schon nicht drin. Dann müsste es beim Cloaker sein, theoretisch. Na, das ist doch neben dem Pool, ist das doch mit dem Cloaker. Da warst du doch gerade, oder? Ja, die hab ich gemacht. Aber man muss hier im hinteren Bereich eigentlich noch eins sein. Ah, hier ist... Also, falls jemand das noch braucht. Ich hab schon. Hab mal gepinkt. Ist halt so viel los, da wo der Cloaker ist, ne? MAU. Oh Gott. 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 Ich will keinen Psychose bekommen. Ich hab Psychose. Aber vorher keiner. Ja, mich nicht. Er ist schon ein bisschen blind im Dunkeln. Nennst du die Schose, Mann. Nein. Nein. Na egal. Kommt halt nicht her. Das hier hast du ja schon gemacht. Okay. Ach, geht doch. Mir geht's gar nicht gut. Ich hab, ich hab's letzte. Ich hab's letzte. Ich hab's letzte. Okay. Okay. Hast du alle fünf Bits gemacht, oder? Nee, ich hab eins gemacht. Entschuldigung. Ich hab's nicht mal eins von den Dingern gesehen in der Runde. Ich hab's nicht mal eins von den Dingern gesehen in der Runde. Ich hab's vorhin bin im Cloaker-Bereich. Öffne das Lobby. Mutter, nein, nicht da lang, nicht da lang. Ich geh hier lang. Da ist Moody irgendwo. Oh oh. Hier ist überall irgendwo jemand. Ach, scheiße. Huh. Oh oh. Hey. Na? Na? Alles gut, ihr? Na ja, ach du. Ich war sehr produktiv, die Runde. Ich würd' einfach mal drücken, ne? Oder warten wir noch auf die beiden? Au. Na, ich warte mal noch. Oh. Wenn wir drücken, sind wir eigentlich fertig. Also, da können wir auch noch warten. Cloaker ist hier. Das ist gut zu wissen. Oh fuck. Moin moin. Braucht ihr Hilfe? Äh, I should be good. Moin moin. Moin, Meister. Ja, da ist das. Drück mal auf. So, und jetzt können wir eigentlich direkt schon durchlaufen. Achtung, weg, Cock. Geh einfach. Geh einfach. Run, boi, run. Run, boi, run. Das ist natürlich schlecht. Neun, acht, sieben, sechs. Ganz ja, komm, ich hab hier ne Mühle. Cookie, mach das schon. He. He. Alter, nochmal Adrenalin geschnuppt. He. Oh, ja. Okay. Also, super Runde. Keine gute Bewertung. Ich weiß nicht, ich hab nix gemacht, die Runde. Also, ich weiß nicht, was ich für ne Bewertung. He. He. Kein Wunder. Ich hab ja nix gemacht. Nur, ich hab, ich hab einmal Psychose gehabt, volle Kanne. Ich hab einmal Damage bekommen. Mehr nicht. Und hab A, weil ich nix anderes sonst gemacht hab. Das war halt keine gute Runde. Keine Runde. Ja, der Franz hat halt alles für uns gemacht. Das hat ja wohl durchgebrushed. Weisenhaushalt, ne? Hab ne Elb. Den, 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 den könnten sie auch mal beheben. Dass, wenn man aus diesem, falls Stuhl aufsteht, dann wieder sich in den Stuhl reinsetzt, dann wieder mal aus dem Stuhl rausgepackt wird. Echt? Das hatte ich noch nie. Das hatte ich auch noch nie. Das hattest du so oft schon? So, das kenn ich. So, Programme X, 2, der Let's Go. Ja, keine Wartezeiten. Start. Alleine war das halt, alleine war das halt ein absoluter Pain. Ach, schau. Ich hab die Mission auch einmal alleine noch gemacht. Auf A plus dann. Das ist nicht so geil. Und dann noch mit Insta kill Mother Gooseberry? Viel Spaß. Ja, weil man alleine ist, muss ja trotzdem alle Gates aufmachen. Ich weiß. Dann nenne ich weniger. Deswegen ist das ja so richtig. Und das Problem ist, die campt halt wirklich über die Gates. Das haben sie aber, glaube ich, auch gefixt. Das stand auch in dem Update, dass die das geändert haben, dass die so hart die Objectives abcampen. Kann ich jetzt aufstehen? Nein, du bleibst sitzen. Ich muss kacken. Ich muss kacken. Ich muss aufstehen. Was? Uiuiuiuiui. Warm, Eimer. Schlüssel. Was ist das denn? Warm. Ach ja, jumpen wir das mit den. No technical items, ja. Nicht so laut. Die macht die Überdramatik. Die muss mal die Fresse halten. Hysterikerin. So, Franz ist schon mal durch mit der Map, glaube ich. Nö. Der ist da hinten. Ich glaube, der ist schon wieder am Ziel. Nee, noch nicht. Ich habe die ganze Map gemacht. Schade. Oh mein Gott, Donald Duck. Oh nein. Ja, Justin, schön langsam vorbeilaufen. Oh. Deswegen. Ich habe geplant, dass es in deinem Gesicht explodiert. Schade, dass es nicht passiert ist. So ekelhafter. Da hakt jemand, da hakt jemand im Loch, pass auf. Oh, da geh ich da hinten. Und war ja mein Juge. Uh, Gegengift. Ich habe noch zu werfen. Nee, ich habe nichts zu werfen. Bitte? Justin, es reicht langsam mit den Donuts. Hier ist noch ein Gegengift, das jemand braucht. Das ist alles voll. Das ist alles voll. Okay, ich glaube. Ah, moin. Hallo. Wir sind auch schon da. Achso, das ist das hier. Ähm. Wollen wir alle hoch in den Cloaker-Raum? Oder? Ja, warum nicht? Ja, natürlich. Machen wir eine Exkursion. The more the merrier, würde ich sagen. Warte. Wo ist er denn? Irgendwas rappt hier drin. Eminem? Der muss irgendwo im hinteren Bereich sein. Eminem, hallo. Oh, hier ist ein Donald gewesen. Okay, hier ist das Erste. Ja, was denn? Ich bin auch da. Der Cloaker kommt. Hat er gehört? Hallo, kannst du wieder aufhören? Hat er nicht gehört. Ich geh mal wieder runter, ne? Ich hab das eine, das ist abelt. Das sind aber zwei Sachen, die man das abelt muss, ne? Drei. Drei. Ja, drei. Hier ist der Cloaker. Oh, Alter, ich muss mich so dran gewöhnen, dass diese Scheiß-Geräusche fallen, die jetzt wieder Geräusche machen. Ich hab Nummer zwei. Okay. Oh, Cloaker hat mich schon wieder gesehen. Ich geh wieder runter, Medi. Komm mit, mein Kleid. Das ist auch manchmal eins. So sieht nicht so aus. Das war gone. Er kommt ja wirklich mit runter. Oh. Ich glaube, der andere Seite ist noch eins. Das ist blockierend, weiß ich nicht. Also, der Cloaker. Ja. Der ist hier unten. Der kommt jetzt wieder die Treppen hoch. Äh, letztes ist das Arm-Tick am runter. Okay, in unten. Oh nein. Nein, Mutti! Ach du Scheiße, hier ist Mutti gespawnt. Äh. Glocker, Glocker, Glocker. So ist der Glocker jetzt. Ihr solltet nicht runter, da ist Mutti. Es ist tatsächlich, es ist besser, über die Glasscherben drüber zu springen. Ja, der Sprenger braucht auch relativ viel Ausdauer. Ja, aber es ist... zuverlässiger ist, stoppen, drüberlaufen und dann weitergehen. Weil wenn du dich da verschätzt, ist es genauso laut. Bei drüber springen kommst du garantiert drüber. Deswegen. Mutt-Muttis da drüben. Ach, ihr seid auch alle draußen. Soll ich mal Ablenkung werfen? Das hat nicht so gut funktioniert. Ich wollte diese Scheiß-Lenker abwerfen. Danke für's explodieren lassen. Oh Gott, da spawnt jemand. Ja, der Doktor wahrscheinlich. Ja. Das ist immer der Doktor. Ja, ja, wenn jemand so mittendrin spot... Mutt-Muttis? Mit die Mutti einfach. Doof, ne? Wird mir nicht stecken, wenn ich du wär. Der Doktor steht da einfach nur. Moin! Ich schlaff. Ich, wenn du rufst, schlaffst der Bi-Like. Oh, Doktor. Das geht's wohl. Hat er dich gesehen? Ne. Hey! Der kommt ab. Der denkt auch nur, du verkaufst dir irgendwas. Äh, Justin, brauchen sie Hilfe? Ach, du! Der kommt schon klar. Ich glaub, nee, der kommt nicht klar. Ich komm voll gut klar auf mein Leben hier. Pass auf, hier ist ne Mutti. Ja, ich weiß schon. Und wieder zurück. Ja, da. Die kann nicht klettern. Also, konnte sie zumindest das letzte... Doch, die kann klettern. Doch, die kann. Doch, doch. Ich? Wir haben das letzte Mal halt irgendwie kein Lust gehabt. Die klettert liebend gerne. Was machen wir jetzt eigentlich hier? Ich frag für einen Freund. Ja, aber. Habt ihr schon eins disabled? Ne, ne? Äh, ja. Jetzt. Es löscht. Es löscht. Ach, also, ich wollte grad sagen. Es löscht. Nehm ich noch alle drei Lampen. Achtung. Achtung, Marvin. Marvin, Marvin. Mutti, komm. Mutti, komm. Mutti, komm. Mutti, komm. Mutti, komm. Kommt, 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 kommt. Das ist halt ja auch grad... Oi, oi, oi. Hier ist halt nicht viel, wo man hinlaufen kann, um zu kommen. Hallo. Ich bin einmal da, äh, bei dem anderen vorher, wo wir waren, rein. Oh, ich hab's hier reingeschmissen. Ey, die ist Frau, ne? Achtung, ich glaub, die hat uns getrackt. Ja, aber mein. Komm, hauen, boys and wow! Wir helfen. Nein. Wir müssen eigentlich... Ähm, Nummer zwei ist disarmed. Du machst das, klar, Franz. Danke. Wollen wir hier durch? Ja. Ja. Das ist smarter. Können wir Franz einfach allein spielen lassen? Nein, bitte dich. Ich. Ich bin auch dafür. Okay. Komm, wir nötig zu hin, weil die Mutti ja richtig überaktiv ist. Wo, Adrenalin? Hallo. Moin. Moin. Servus. Moin. Da drüben ist wieder einer, der so schreit. Und die Mutti kommt auch. Äh, wir sollten uns bei allen. Ja, hier ist ein Sackgasse. Keine Koppel. Zeige. Zwie beim Zahnarzt. Null. Höh. Oh. Oh. Null. Ich hab einen disablen. Ja, das ist stimmt. Wir müssen eigentlich jetzt gehen. Los. Ja, irgendwie schon. Dass es hier in dieser Mission keine Batterien gibt oder so, ist halt mega easy, weil wir eh die Batterien durch disablen bekommen. Der hatte ich gehört. Der kommt hinter dir. Der hat ich gehört. Hinter dir, Franz. Kommt ne Mutti. Ah, jetzt ist es zu. Arbeit. Vielleicht kann man von der anderen Seite jemand das aufmachen. Ich mach. So. Du hast dich alle disablen. Perfekt. Oh. Go, 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 go. Justin, go, go, go. Mutti hinter uns. Oh, nö. Ich mach' ein Rennen. Ich mach' ein Rennen. Ich mach' ein Rennen. Ich mach' ein Rennen. Oh Gott. Fuck. Oh nein. Oh nein. Aua. Da ist ein Impostor gewesen. Oh oh. Oh Gott. Nein, nein, nein. Nicht subdeckst du's nicht? Oh, da. Alter, der will mich abstechen. Hilfe? Achtung, da kommt ein Fake. Oh Gott, das ist Rudi's midi. Oh Mann ey. Oh. Oh Gott, das ist Rudi's midi. Oh. Oh Mann. Also man randt vor dem einen Becken und dann kommt da jemand anders, in eine andere Richtung. Mit einem anderen in die Fresse gerannt. Oh toll. Das ist kein Ausgang. Ah. Cool. Sind wir fertig, können wir nach Hause gehen. Hier ist niemand. Wie komm' ich denn jetzt am dümmsten zu euch? Achtung, Mutti camp den Exit immer. Mutti camp immer diesen Exit. Mutti ist hinter mir. Oh, da nicht. Pass auf, der ist genau hinter dir, Franz. Wie machen wir das jetzt? Hast du den Button gedrückt, ja ne? Ja. Exit open, exit open. Kommt ihr? Mhm. Ja, ich bin drin. Hi. Der ist auch drin. Ja, auf mich. Okay. Also, das sind scheiße diese engen Gang hier beim Funpark. Egal wo man lang läuft, ist ein Gegner da. Wieder nur ein A. Ey, das ist schrecklich. Weil du mit dir den Poster ins Gesicht gelockt hast. Ja, ups. Ja, soll ich da einfach bleiben und mich abstechen lassen? Ja. Ich wurde einfach einmal gehittet. Nein. Das ist cool. Ach, ich bin in eine Bombe reingelaufen. Ah, das verdient. Das ist ja doch gelaufen. Ah, ne Bombe. Oh Mann. Depression. Ja. Ja, Justin, für dich werden die Folgen kannst du einfach so Depressionen in Outlasten. Weil du ein A bekommen hast beim First Try und kein A plus. Ja, bei beiden halt auch wieder. Das sind die Missionen, die ich auf jeden Fall nicht alleine machen will. Nochmal. Weil die genauso lang gehen alleine. Ich will nicht wieder ins Fußball rein. Da schwimmen irgendwelche Sachen drin. Ja, deine Füße. Ah. Ja, also ganz ehrlich. Wenn die deine Füße hier waschen, wieso ist dann dieser ganze nächste Gang voller Blut? Weil du vielleicht auch woanders blutest? Nee. Scheißes Nasenbluten. Nasenbluten. Das ganze Liter ist voller Blut. Ja, und? Heftiges Nasenbluten halt, ne? Alles klar, Leute. Das war's wieder mit dieser Folge von The Outlast Trials. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.